also hier zeige ich euch ein wohnmobil was schon sehr nahe dran ist an dem was wir vielleicht mal haben wollen bevor wir in rente gehen oder in rente gehen oder irgendwann mal fahren wollen das ist schon nicht schlecht das gefällt uns wirklich gut ich wünsche euch viel spaß jetzt hier beim zuschauen und wie gesagt abonnieren und liken ist immer erlaubt bis dann und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.